Da hab ich keinen Bock. Nein, Level 1, Level 1, Level 1, Level 1. Also Deadpad, neues Zeichenformen. Ja, ist halt echt Level 1 sogar. Komm. Ich dachte, du wolltest woanders abspringen, also Level 2. Oh, okay, Level 2, fühle ich, fühle ich. Boah. Ich schaff dir das mit dem Steuern. Das hilft nicht. Dann, dann lande auf dem Dach und geh runter. Safe nicht. Wir sind sehr ehrlich, ey. Alter, ich hab's doch geschafft. Direkt den Krieg gefunden. Ich geh aufs Dach, Jungs. Über uns, Dach, jetzt, push. Ey. Ja, die laufen oben. Kommt ihr? Ja, ich bin bei dir. Cool. Cluster. Cluster. Runter, 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 runter. Ich bin Level 2. Ich bin Level 2. Ich hab's da unten geschurft. Unten. Ich bin tot. Life Mark, die sind unten drin. Erdgeschoss sozusagen. Wie unlucky. Nein, er ist vor mir einfach. Das ist, wow. Einfach krasses Timing. Ja, bei mir auch. Egal, weiter. Wo gehen wir hin? Erdgeschoss. Ich bin da, Hansi. Aber ich hab keine Waffen. Zwischengang einfach. Ne, ne, ey. Wir sind hier. Erdgeschoss. Ja. Hier sind ganz viele Waffen. Und unten. Einer ist Level 1, Timing. Er kommt zum Fenster rein. Dein Level 1 ist, Hansi. Oh, hier oben. Mike. Treppe. Life Link. Hab ich, Hansi. Sehr gut. Komm wieder. Hier, hier vorne, hier vorne. Nein. Hab ihn. Hansi, hier. Ja, ja, ja. Er ist um die Ecke, er ist um die Ecke. Tickst du spät, Steve. Na, Jeep Brake. Ach. Einer landet bei mir. Ich hole dich jetzt, Phil. Ja. Hinter mir. Leck mich doch. Hab den. Der hinter ist tiefer. Oh, hier ist noch einer. Oh Mann, hier sind überall welche, Phil. Ich kann nicht. Hinter mir, Alter. Überall, Phil. Ich hab's versucht, aber... Ja, ja. Alles gut, alles gut. Es tut mir leid. Relocaten. Ich muss Steven sagen. Die kamen, wie schon, beiden Seiten. Es ist noch einer. Wer hat die Betäubungsgranate? Oben droppt einer. Sind zwei. Gib'n' Call, Steve. Ja. Geht lieber weg. Ja gut. Wenn ich bei dir gelandet bin. Ja komm, dann bleiben wir da. Nee, komm. Dann... Versuch mir irgendwie zu... Ich steh unten rein. Komm unten rein. Ja. Ach, hinter mir. Natürlich. Da unten ist er dann gewesen. Biker ist noch gut in seinem Waffen. Nein, nein, nein. Ich bin tot. Hier ist der andere. Er rennt weg. Er rennt rechts rein. Alles gut, Phil. Relocaten. Nee, nee, nee. Wir pushen die Junge. Die sind auch da unten getrennt. Chill und playte. Ich treffe uns da. 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 Oh, das könnte abgekämpft werden. Ich gehe zu Phil. Oh, da oben. Nein, zwei Sekunden. Okay, jetzt relocaten. Jetzt, jetzt müsst ihr echt relocaten. Ja, ist voll. Sollen wir loadout versuchen und unten rein? Nee, nee, nee. Loadout wird abgekämpft. Hat Hansi gerade gemacht. Ja. Security wird geholt. Da sind Gegner. Ich gehe zählte Lupe. Vielleicht kann der Zweite von euch Lupe holen. Schnell. Lenkst du die Hand. Ja, von überall. Alter, ich wurde beschossen von oben. Äh, Lighthouse. Panzerungskiste. Aber ich wurde von oben beschossen, Phil. Vorsicht. Irgendwo nicht. Wir sind im Haus. Da ist schon Lupe. Wollen wir dann Control gehen? Ah, eine Lupe wollen wir. Nee, stopp. Jetzt alle Control. Control. Äh, loadout. Ja. Komm, versuchen. Wenn da jetzt einer campt, dann ist halt so. Sieh, komm hier. Hier. Jetzt, jetzt, jetzt. Boys. Ja. Ich komm schon. Geld liegt hier? Ja, ich nehme. Lauf gleich nach oben. Klärt alles. Mach. Gegner vor uns. Oh ja, ja, ja. Hast Geld da. Ja. Hier ist keiner. Security kommt. Der ist weggerannt. Der ist weggerannt. Der ist weggerannt. Der ist weggerannt. Rein. Wir nehmen mich ins Visier. Oh Gott. Hey. Alles gut. Security kommt von sich. Ja. Hier müsstest du... Nach oben. Ja. Oben war jemand drauf. Oh ja, ey. Ey, Jungs. Hier ist so einer. Ich dachte, ihr werdet schon oben. Och man. Hallo Sarah. Guten Abend. Der ist hier rein. Oh, der ist geradeaus durch. Seines Haus. Ich dachte, ihr seid schon oben. Alles gut. Ich hab dich. Nee. Naja. Unlucky für mich. Ich schraute kurz. Hier, hier im Ausgang ist noch einer. Da sind zwei. Sie sind jetzt komplett verletzt. Einer ist down. Doch, 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 doch. Da oben ist noch einer. Der letzte. Hinter dir, Hansi. Hinter dir ist noch einer. Einer ist oben drauf. Oder? Hinter mir. Hey. Hey. Ich da. Junge. Das kann nicht sein, dass ich wieder live mag. Ich hab's gesagt, Hansi, dass er hinter dir ist. Also es kann grad... Ja. Was? Vor mir ist da, vor mir ist da... Also keine Ahnung, was wir da gerade gemacht haben. Ich war zweimal bei euch und wurde zweimal von hinten geholt. Ich hab mehrmals angesagt, dass da noch hinter Hansi einer ist. Mehr kann ich auch nicht tun. Playtime, Phil, oder? Ja. Auf dem Dach geht's ab. Vorsicht mit Loadout. Ja, Lighthouse. Schießt halt. Alle über mir. Ja, ja. Ich versuche einen Life Marks zu geben. Die laufen auf dem Dach. Das ist keine Chance. Lighthouse schießt auch. Das ist so dumm alles. Lighthouse springt weg. Die sind immer noch hier. Oh nein, hinter mir war er jetzt. Scheiße, im schlechten Moment gelaufen. Die kämpft mir den scheiß Eingang oben ab. Einer tot. Fliegen. Ja, einer ist oben drauf gelandet. Ganz oben. Ich hasse es gehen. Ich hasse es einfach. Ich hasse es einfach. Ich bin fast tot. Du hättest bleiben können. Oh ja, okay. Hab ich nicht mitbekommen. Hier liegt alles. Ich warte auf die Jungs. Ja. Muss ich aufs Dach? Oder wohin muss ich hin? Ja, also das Dach liegt ganz wie das Dach. Ist Gas, aber das schaffst du. Geh los, oder? Ach, der ist weg. Scheiße. Hier, Steve. Warte, warte. Wir müssen halt da hin, um Highground zu haben. Orange. Habt ihr alles? Jo. Ich habe keine Platte mehr, Hansi, leider. Alles gut. Die sind alle, die sind alle Ding. Living. Ich geh zu Phil. Lighthouse oben. Warte, warte. Scheiß drauf, wir gehen rechts rum, oder? Und schießen auf Living. Oder wollt ihr Lighthouse? Dreht sie auf uns. Dreht sie auf uns. Dann lauft. Genau hier. Hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben. Bilder wirst du nur weggeholt, aber... Tja, ich muss schwingen Platten. Also Lighthouse und Living, ja? Ja. Hat jemand ein Heartbeat? Hansi, Hansi, Hansi. Nein. Leer. Top. Lighthouse vier Stück. Da müssen Living Quarter aufpassen. Living Quarter wird gleich, Jungs, hier kommen. Ja, das ist der einzige Weg. Ja, ja. Er sieht mich, er sieht mich oben im Fenster. Da war er. Da ist ich. Jungs, ich lauf einmal quer rüber. Husten. Tod. Zwei Teams noch. Ich geh bis nach rechts, wir teilen uns auf. Ja, hier im Haus. Geht runter. Komm zu dir. Steve, Steve. Von oben. Die kommen bei mir, Steve. Einer noch, rechts zwei. Ja, aber geht doch nicht zu mir, Phil. Tod. Einer lebt noch. Boah. Hab sie. Dann lass mich fliegen, lass mich fliegen. Geh ich weiter. Geh weiter in die Zone. Hab sie, hab sie, hab sie, hab sie. Ich hab sie auch. Wir haben sie rasiert, Alter. Grad komplettes Team mit Steven in zwei Seiten auseinandergenommen. Phil hat das auch an der anderen Seite wirklich geholt. Junge. Ja, ich hab mit Hansi das eine ausgemacht. Wie wir das noch gewonnen haben, keine Ahnung, Alter. Du hast das eine ausgemacht. Nein, das haben wir zusammengemacht. Ich verweich da. Ja, aber wenn sie nicht auf dich geschossen hätten, dann hätten sie auf mich geschossen. Das haben wir zusammengemacht. Da ist der Win, Leute. Verdient. Heute wirklich verdient. Da haben wir uns schön aufgeteilt bei der Zone, dass wir da zwei Seiten waren. Wenn wir da auf einer Seite gestanden hätten, wäre das kritisch gewesen. Geil. Danke, Sonny. Danke, Chat. Und Sonny Toro haut jetzt den Twitch Prime rein. Ein halbes Jahr schon, Sonny. Vielen lieben Dank. Kurz geht raus. App bitte in den Chat. Für den guten Sonny Toro. Danke, danke, danke für ein halbes Jahr. Krass noch recovered. Wie wir manchmal die Runden recoveren, ist echt hart. Too easy. Too easy, guys. Where is the challenge? 20. Musst du kurz ein bisschen salty sein. Steven, am Ende. 20 kills. Meine ganze Leiste da war voll mit eliminiert, gelb, K.O. Team wipe. Alles gelb, Alter. Assist, Assist, eliminieren, Team wipe. Hattest du jemanden geclipt, Chat? Nee, ne? Das war echt krass, wie plötzlich alle geplatzt sind vor mir. Hansi schon so, Mike, Mike, Mike. Brrrr. Ja, du von der einen Seite, ich von der anderen Seite. Ja, ja, die waren echt in der Mitte. Die sprung genau rein. Ja, ja, ja. Das war geil. Meine Mac-10 war auch schon leer. Ich hab schon wieder Krieg geballert. Ach. Sehr geil.